So, heute bin ich etwas draußen unterwegs und ja, das Wetter ist relativ schön heute und heute kann man schön wandern oder spazieren gehen. Ja, was habe ich denn eigentlich so dabei zum Wandern? Ja, hier meine JBL Go Box. Was zu saufen, was zu trinken, Cola. Ja, Kopfhörer, eine Powerbank, eine Zigarettenschachtel mit Kleingeld und meiner Fahrkarte, weil ich möchte zurückfahren und nicht laufen, weil ich laufe jetzt ein Stückchen noch und hier auch. So, ich wollte mich einfach nur mal kurz melden. Das mache ich jetzt so öfter auf diesem YouTube-Kanal und ja, wie gesagt, jetzt geht es auch schon weiter. So, ich dritt brauche das. So, ich erkläre ja, ich versuche das. So, ich habe mich gesagt, jetzt klauen, auf die Ausmacht in Color. So, ichShell zu sprechen. So, ich glaube, ich habe mich nicht nur, irgendwas zu zeigen. So, ich sehe ihn nicht nur, was du bist zur sanctions und sagen, wirklich nur zuумigen Simon. So, ich sehe ihn nicht nicht nur, wie�ה Mumbai zu kommen.